Hier oben müssen wir ja auch noch mal irgendwann rein. Generell fehlte mir auch noch mal so ein richtig großer Dungeon bisher. Wann ist ja alles recht klein, ein Dungeon. Seelenmagie-Experte, äh, Meister. Wir brauchen den Seelenmeister. Seelenmeister, sehr geil. Und damit kannst du nämlich die beiden Bücher hier schön gönnen. Die sind top, ne? Tote aufwecken ist halt nice. Und geteiltes Leben ist halt... ...oder Power hat, ne? Meiner Meinung nach. Stimmt, die anderen könnten wir auch noch mal ein paar Fähigkeitspunkte verteilen. Ihn bei Reparieren zum Beispiel. Dass wir den auf Meister demnächst haben. Und auf Axt, ganz klar auf Axt. Oh, wenn der Lehrer... War hier aber nicht, ne? Der Lehrer, das wäre ja top, wenn der Lehrer jetzt hier noch in der Nähe ist. Axt, Meister. In F-Lieder müssen wir doch hin, oder? Ja. Wie geil ist das? Das passt ja gerade alles. Das passt gerade alles. Geil. Das ist richtig sehr nice. Erkennen. Machen wir noch einen hoch. Beziehungsweise... ...bald nochmal Erkennenmeister. Könnten wir auch schon machen, ne? Wo ist denn der Erkennungsmeister? Wo ist der Erkennungsmeister? Archemie nochmal... Hm, die hätten wir auch hoch machen können. Wassermagie. Beziehungsweise Feuermagie. Äh... Erkennungsmeister sind... Erkennung, Erkennung... Gegenstände erkennen. Meister ist in... Desert, da müssen wir ja auch bald hin. Schalten wir das mal wieder alles auf. Desert. Äh... Dann... Sechster Sinn. Experte. Das haben wir doch schon gemacht, ne? Experte ist hier doch schon im sechsten Sinn. Ja, 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 ja. Können wir auch Meister werden in Bogen? Finde ich persönlich sehr wichtig. Kann sie nämlich zwei Pfeile abfeuern. So. Erdmagie muss sie demnächst auch lernen. Das haben wir hier drinnen im Forest. Sobald sie noch eine Stufe hochgegangen ist, kann sie da Meister werden. Äh... Entschärfen-Experte muss sie auch noch eine Stufe hochkommen. Experte. Sechster Sinn. Hat sie. Jetzt kann sie noch werden... Speerexperte. Das war auch in Avli. Avli. Dann er, Erkennungsexperte, ist auch in... Ne, das war in Desert. Äh... Dann fehlt uns noch... Was hat er denn noch hochgelernt? Äh... Äh... Äh, nichts mehr, ne? Sie. Meister, Meister. Mediation. Das kann sie noch nicht. Nee, 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 nee. Hat er das denn? Er... Nee, hä? Ach, Axt, Axt. Axt war noch in Avli, ne? Axt war halt noch einfach in... Hier, Experte in Avli. Ja. Okay. Gehen wir noch mal durch. Axt in Avli. Ja, alles gut. Schild-Experte langt. Platte. Brauchen wir noch einen? Dann kann er da auch Meister werden. Boah. Ja, bald müssen wir wieder eine Runde machen, ne? Aber wir müssen halt auch mal irgendwie ein bisschen rankommen im Spiel. Das wird ja sonst alles zu einfach. Ähm... Speer, das war... Speer, 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 Speer in Avli. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alles. Dann müssen wir jetzt zurück zum Hafen. Zum Hafen. Zum einsamen Hafen. Sonntag ist heute. Müssen wir wahrscheinlich noch bis morgen warten. Ein kleines Speicher machen. Einen kleinen Speicher. Ahoy! Willkommen an Bord! Boah, da müssen wir aber auch noch irgendwie hin, ne? Wegen Handelsmeister. Aber noch nicht. Das merken wir uns. Speicher machen. Und... Bis morgen warten. Ahoi! Sehr cool. Willkommen an Bord! Komm an Bord! Komm an hier hoch! Und... Oh, da war der... Da kam der Remix wieder. Okay. Axt und Speer müssen wir jetzt finden. Da haben wir den schon mal. Geil, geil, geil. Die kann doch noch Meister werden jetzt im Bogen. Scheiße, das haben wir nicht geguckt. Das haben wir nicht geguckt. Im Bogen. Meister ist... In Mount Nison. Da müssen wir ihn auch noch hin. Wegen der Wassermagie. Passt. Schreiben wir uns auf. Passt ja auch. Gut. Meister. Bogen. Meister. Und wie auch immer wer da hinkommt. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns mal anschauen. Und jetzt Axt noch, ne? Ja. Axt, Axt, Axt. Res, Axt. Luftmagie-Meister ist sie ja noch nicht. Ähm. Der Bogen musst du nicht noch einigen, ne? Nö, 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 nö. Was ist hier drinnen? Stab Großmeister. Ganz ehrlich, wir haben noch nicht mal irgendeinen guten Stab gefunden. Darum sollte ich nur ansatzweise mir einen scheiß Stab kaufen. Was ist hier oben? Hier oben ist ja nur der. Oder müsste das ja eigentlich hier sein. Haben wir in dem schon? Ah, da sind wir doch Axt-Experte. Geil. Äh, was müssen wir denn noch an Avni? Irgendwas müssen wir doch noch. Löst das Geheimnis, wie man Feenhügel-Avni betreten kann. Das machen wir aber noch nicht. Habe ich keinen Bock zu MV. Wer findet den sechsten Grund im Teil? Das müssen wir hier finden. Spielt ein Richter als Nachfolger von Richtung Köln. Denke war Siegel im Brief zum Sammler. Norbert Schmuckmacher hat eine Villa in Tartaglia. Denke war Siegel im Brief zum Feenkönig. Finde drei Statuen. Drei Statuen müssen wir halt auch noch finden, ne? So. Der Arm soll... Ähm. Wo soll der Arm sein? Der Arm ist... Ähm, Westen. Da. Oh, da müssen wir übers Wasser laufen. Laufen wir übers Wasser. Wenn ich ehrlich, habe ich kein Problem mit. Oder hier irgendwo? Oh nein. Hier ist es ja nicht. Nee, das wird nur da drüben sein. Das ist alles gut. Äh, wir machen trotzdem mal... Zur Sicherheit warten wir uns ein bisschen. Das ist gegen Magie. Ich habe keinen Bock, äh, ich habe keine Scheiße abzubekommen. Äh, äh... Äh, ich habe das Gefühl, dass hier zu viel Loot liegt, für das hier auch, hier muss ja irgendwas los sein. Äh, voll viel liegt hier auch irgendwie rum, ne? Ähm, Alchemie Großmeister, okay. Okay, wie weit warst du jetzt mit Alchemie? Alchemie bei 5, okay. Ähm, wir haben dich doch ein bisschen im Erkennen hochgemacht. Ganz nett, aber unnütz. Erst müssen wir etwas loswerden. Ach, ich kann auch nicht alles... Ganz nett, aber unnütz. Und dann kannst du nämlich die auftragen. Ähm, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, weiß nicht. Wem soll das denn nützen? Dir nicht, oder? Ne, du hast ja richtig gute schon. Kenn ich nicht. Äh, die ganzen... Oh, das... Ganz nett, aber unnütz. Kannst du den auch? Hä? Was soll das denn sein? Dafür muss er bestimmt noch eine Stufe höher kommen, damit er das, äh, erkennt dann. Wann ich mir gut vorstellen. Das alles hier hin. Was ist das für eine Cap? Charisma Cap. Äh. Yes, so. Das, das, das. Was ist das? Ich kann auch nicht alles... Wem soll das denn nützen? Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. Klingt ja auch nix. Okay. So. Großmeister Meditation. Äh, stimmt. Du wolltest ja auch noch einen Punkt in Meditation irgendwann mal haben, ne? Ist hier irgendwie ein Ausbilder drauf. Das wird auch richtig passend einfach mal. Noch, noch... Ich hab noch mal einen Feindschmied gefunden. Kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, wir müssen noch weiter in den Westen rein. Immer schön in den Westen rein. Äh, äh, kommen wir vielleicht schon hier und können da rüber ballern? Nein, das landet leider nicht. Komm schon, hör dich auf mit dem Wasserwandel. Oh, soll nicht das jetzt beeindrucken? Alter, was sind das für Viecher? Was sind das für Viecher? Warum ballern mich die sind so doll weg? Fand ich jetzt nicht cool. Eigentlich glaube ich, dass wir hier oben hin müssen. Alter, hab ich mich erschrocken. Na komm, das machen wir auch noch mal. Was ist denn jetzt gerade? Es läuft ja nichts gerade. Es läuft ja nichts gerade. Jetzt läuft es doch. Wir können natürlich auch noch mal die kleine Insel suchen. Ah, wohl... Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist das für ein Schiff hier? Also jetzt ehrlich, wo bringt mich das Schiff hin? Äh, hallo? Äh, äh, ich bin im Kreis gegangen. Ich bin schön im Kreis gegangen. Kompletter Nappel, wirklich. Äh, okay. Ähm. Was ist das hier oben? Könnte das sein, ne? Das ist wohl ein Ding. Okay, wir versuchen jetzt von hier darauf zu knattern. Aber machen wir den. Machen den. Auch gut. Und dann schießen wir von hier. Okay, ich glaube nicht. Okay, die schießen gut rein. Ähm. Aber wenn die... Vielleicht nicht ganz... Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich dran. Die Schiffen könnten wir schießen. Au! Au! Ja. Guck mal, das schaffen wir doch. Ob dich jetzt einfach mal... Okay, und hochheilen. Kann mir mal jemand helfen? Warum macht sie nur ein Kratzer? Siehst du? Das meine ich. So, und dann ist es halt... Da. Warum tot hat er. Was machen die denn noch hinter dir? Was ist denn jetzt los? Was war da... Was ist das denn jetzt? Au! Ey. Nein. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Da ist ja richtig der Wurm gerade drinnen. Okay, wir machen jetzt erst die Insel fertig. Dann machen wir die nächste. So. Was hier schön sehen. Dann Heldentum. Dann. Was sind noch eine Generation? Ob... Da brauche ich drei zumindestens. Eine Generation. Ob ich irgendwas... Ähm. Feuer auch auf. Alle Bögen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du brauchst noch keine Regeneration. Was hier, ob du selber Regeneration hast. Machen wir einfach selber auf. Der ist ganz wichtig. Und Schutz gegen Magie machen wir noch. Ja. So. Schuss gegen Magie. Yes. So. Jetzt kann es losgehen, glaube ich. Ähm. Noch einmal Wasser wandeln. Ja. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hat ich doch schon mal... Soll mich das jetzt beeindrucken? Was ist da passiert? Warum bist du jetzt draufgegangen? Komm schon. Komm wieder hoch. Nimm noch einen Trank. Wir haben genug. Ich bin hier durch was kaputt gegangen. Alter, das war jetzt ein bisschen doll. Oh. Oh. Ey, das knallt rein, dass die dafür schaden. Da ist vielleicht die ganze Scheiße mit Feuerresistenz und Magie und sonst was. Achtung, Katze. Ey, das kann nicht sein, dass die One-Hit... Äh, dass die uns mit einem Hit down bekommen. Ich muss hier an die Drohne ran. Es nützt nix. Was machen wir das jetzt auch einfach? Wir gehen da jetzt eine Tore ran. Und komm. Was? Das ist noch nicht. Okay. Und komm. Ich bin gar nicht da. 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Oh, sei mir. Nein. Oh. Hallo, 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 hallo. Nein. Oh, da oben kann. Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Nein, warum ist die denn jetzt draufgegangen? Nur ein Katze. Scheiße, Spieladen. Sie dürfen halt alle draufgehen. Bis auf die beiden. Und genau die beiden sind draufgegangen. Zufall. Denk mal schon. Nein. Scheiße. Das sind alle draufgegangen diesmal. Äh. Schon. Diesmal läuft es. An den einen. Und wir noch hier sind. Oh, nein. Hoppla. Au. Ach. Wohoo. Bevor ihr besiegt worden seid, solltet ihr... Alter, was ist das? Die sind doch... die sind doch viel zu stark. Führ mal so zwischendurch. Meiner Meinung nach. Okay. Dann machen wir das doch. Das wird ganz einzeln weg. Oh! Nur ein Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ey, sie können mit einem Schuss, können sie einen komplett weghauen. Da bin ich mir unsicher, ob das so normal ist. Au! Ist zwar nur ein Katze, aber kümmere dich drum. Ein Schuss. Komplett weg. Au! Ist zwar nur ein Katze, aber kümmere dich drum. Die ist tot. Was ist das jetzt schon wieder? Kann's doch nicht. Außen nichts. Ist so schwer wieder nach unten. Und vor allem die anderen. Teil hast du ja alle richtig einfach bekommen. Die anderen Teilen hat man alle richtig einfach bekommen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wieder Wanted. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen soll. Äh, Wasserrande wieder rauf. Speichern. Jetzt mal. Äh. Können wir nochmal rauflaufen? Gehen zumindestens vorbereiten. Weißt du? Wir laufen wieder so, so, so. Und jetzt gerade auch. Was soll ich das jetzt machen? Hoppla. Und. Ganz schnell weg. Nein. Er darf halt nicht drauf gehen. Er darf nicht drauf gehen. Er darf nicht drauf gehen. Er darf nicht drauf gehen. Nur ein Katze. Das geht. Das ist halt scheiße. Ach ja, so war gut. So war doch okay. Äh, jetzt hoffe ich, dass ich eine Rolle erwecken habe. Das wäre ich jetzt nicht so ganz verkehrt. Nein, aber egal. Wir gönnen uns jetzt einmal beim, beim Kloster. Gönnen wir uns jetzt eine Erweckung. Den Rest macht es jeder mehr. Es ist nur ein Tag her. So diese Eigenschaft. Wie kann ich helfen? Das mag, oh, 7,50 ist natürlich viel. Geht den. Aber dafür kann sie jetzt, ja, na, nicht wieder mitnehmen. Nice, 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 nice. Und Spächer heilen müsstest du ja auch können. Nee, geht nicht. Oh, doch, geht. Und hoch halt. Und Regeneration und dann ist ja. Okay, ich fand das jetzt. Ist auch okay. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich habe keinen Platz mehr. Warum kriegst du das denn nicht hin? Willst du jetzt noch einen? Dann könntest du ormen. Ich krieg's nicht hin. Gib das jemand anderen. Keinen Platz mehr. Okay. Was hast du jetzt oder den erkennen? Jetzt müssen wir nur den Desert Prime. Desert, Desert Sea. Desert, Desert, Desert. Geil wäre, wenn er jetzt von hier nach Desert... uns bringen kann. Leider nicht. Wir haben ja auch keinen Zauberladen, ne? Nee, den Ausbilder hätten wir zwar, aber der... kann uns bestimmen. Übung macht den Meister! Nicht. Nee, bringt uns kein... Nein. Kann uns nicht hochbringen. Im Level. Oh, hier sind zwei Zauberläden. Mal gucken, ob die coole Zauber haben. Willkommen in der Gilde des Geistes. Das Sklaven? Stärker geht's nicht. Der Zauber übernimmt den Geist einer Kreatur für 10 Minuten pro Fähigkeitswert in Geistermagie. Die betroffene Kreatur greift der Gruppe feindlich gesonnenen Wesen an. Ah, okay. Aha, aha, aha. Einigene Irrege von... Mordlustpferden. Die dann Blindlingslaug... Oh, nö, ist nichts Cooles dabei. Willkommen in der Körpergilde. Giftein nur. Hm, nee. Da ist auch nichts. Joa, dann können wir eigentlich mal gucken, wo uns das Schiff hinbringt. Ahoy, willkommen in Borat! Die Axt haben wir ja gelernt. Erkennungsmeister ist auch in der Wüste. Hast du denn schon erkannt, dass das hier ein Arm ist? Yes, das hast du erkannt. Damit haben wir das alles. Brauchen wir nur noch den Kopf. Den kriegen wir in Desert. In Desert kommen wir folgendermaßen hin. Reisen. Wir sind jetzt gerade in Averly. Averly. Da kommen wir nach... Danger Desert? Nein. Wir müssen genau in die anderen Deserts. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Little Barrow of Desert. Da Barcara Desert müssen wir nämlich hin. Da müssen wir wieder nach Eriksa. Nach Eriksa müssen wir. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist halt echt nicht so nice. Aber egal. Machen wir trotzdem. Dann machen wir aber erstmal noch Averly. Ne, von Averly nach Eriksa. Oder von Forrest. Wir können auch von Forrest eigentlich machen. Forrest. Ja. Forrest and then. Mit dem Schiff. Von Montagmittwoch. Ahoi. Willkommen an Bord. Bord. Angehochunsech. So, der richtige Kopf soll im Norden sein. Wir sind natürlich ganz bezüglich. Egal. Dann kommen wir recht schnell. Rinnen. Und jetzt soll hier schon weg. Oder vielleicht ein Kopf sein. Die tut schon. Hat schon. Da ist ja noch ein Kopf. Und? Ganz nett. Aber unnütz. Kann man da mal Verkaufsrechnung klären. Und dann kannst du mal. Schild. Wem soll das denn nütze? Alle Attribute. Kein Platz mehr. Ich habe keinen Platz. Wie wir jetzt, ähm, die Stadt teilt sich aber auch machen. Wir können einfach damit ja zum Zugehen. Ich denke. Schuhe. Das weiß ich nicht mehr. Jetzt. Nein, das war für mich. Nein. 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 Das habe ich die Schuhe. So, jetzt sollten die gleich hochkommen eigentlich. Dann ist da oben die Schuhe. Und dann. Dann müsste das eigentlich doch zusammenfangen. So, jetzt. Vielleicht. So, nicht mehr. Lass mal durchlesen, wie man das macht. Willkommen in der Gilde des Wassers. Boah, Portal. Zauber wäre jetzt nice. Nö. Wie fügt man die denn jetzt nochmal zusammen? Ich will mal schauen. Bogenschütze, nein. Föllerungsbogenschütze, nein, nein, nein. Föllerungs- bzw. Hexe. Wenn man alle Teile gefunden hat, einfach die Teile in einen NPC-Slot zusammenfügen. In einen NPC-Slot zusammenfügen. Wir haben wohl und sprechen und dann. In einem NPC-Slot zusammenfügen. Machen wir das mal. Keine Ahnung. Hier. Wenn wir das hier machen. Geht das? Vielleicht geht das vielleicht zu. So. Ey, warte mal. Wir müssen mal Platz machen. Oder hast du gar nichts gerade? Ne, hast viele sogar. Okay, so, 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 so und so. Wenn wir jetzt so machen vielleicht. Rechtes Bein, das ist dann ja so, das so, das auch, äh, da hin, das da hin und den so. Sieht ja doch gut aus. Das Cheating. Ja, bisschen schon. Aber ich frage mich gerade, wie man den zusammenbaut. Äh, wie kann man den zusammenbauen? Das frage ich mich gerade. Weiß ich nicht. Oh, ein Abulett. Aber egal. Das wird's gar nicht hin. Soll ich vielleicht mit so einem statt? Nein. Das ist hier nix, nix, nix. Boah, wo musste man denn jetzt nochmal hin? Das ist so ein Kratzer? Huch. Aber kümmere dich drum. Huch. Auch nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Da. Hallo? Die beste. Alles Gute. Ich glaub, was da ist. Ist das die Schule? Ist das die Magier-Schule? Ich hab keine Ahnung mehr, wo die Magier-Schule ist, ne? Das ist sie auf jeden Fall nicht. Ich muss mir jetzt mal merken, wo waren wir jetzt schon? Das ist der Stall. Das ist... Oh, das könnte doch die Schule sein, oder? Ist das die Schule? Sieht ganz gut aus, ne? Was ist denn das da? Und drum trinken. Ja, der vorübergehend. Und Charisma. Das... Wenn wir das vorübergehend erhöhen, hält's nicht lange genug um. So, where is your table to complete your golem? Ja, ich weiß nicht. Ich bin für das. Your golem ist in your follower-slot. Ah! Ah, yeah, okay. Thank you. Ich hab alle Teile zusammenge... Jetzt müsst ihr nur noch für die Belebung von Meister Grey... Okay. Wo ist Meister Grey? Das ist Magier, das ist Magier. Das ist... Ist er nicht? Eric? Da. Let's go. Let's is. Tada! Stolz präsentiert ihr Meister Grey euren Golem. Er liegt zufrieden. Gut gemacht. Der Kopf scheint in Ordnung zu sein. Aber man weiß ja nie... Naja, gute Arbeit. Ihr seid wirklich bereit, Magier zu werden. Alle Zauberer von euch ernenne ich zu Magiern. Und alle Nicht-Zauberer können sich Magier gefährden nennen. Meister Grey braucht eine Weile für den Zauberspruch, der euren Golem belebt. Er gehört euch, bringt ihn zurück in euer Schloss und stellt ihn, wohin ihr wollt. Er wird jeden Eindringling ohne Unterlassen angreifen. Ah, okay. Ich kann das nicht. Jetzt müssen wir noch den Erkennungstypen finden. Wo ist der jetzt? Erkennungsmeister. 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 Ah... In Irgendwie durch die ganzen Gegend flog. Ob ich das gefunden hab, ne? Aber so ist es halt echt schwer. Was hab ich hier gemacht? Man kommt immer wieder in die Mitte, ne? Ah... Ah, das ist das, 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 das ist das. Hein, da war ich doch gerade. Loll. Nein, 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 nein. Komm hier hoch, komm hier hoch! Uh, 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 uh. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wenn ich fliegen kann, ne. Willkommen in der Gilde des Wassers. Das ist ein Teleport, ne? Wir brauchen auch noch einen Teleport. Wir brauchen auch noch ganz dringend einen Teleport. Wow, komm ich nicht durch? Was ist das? Oh, kommt man hier nicht durch? Was ist denn da oben drinne? Tala, muss da oben reinkommen. Muss doch da oben raufkommen. Ich muss rauf... Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh mein Gott. Wo kommt ihr Vögel denn jetzt her? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. War das schon alles? Ach. Da kommt noch einiges folgen. Das war es noch nicht. Au. Äh, äh, geht's gut? Oh, der ist irrsinnig, aber das wollen wir ja. Ist zwar nur ein Kratzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Au. Oh, komm schon, hau ihn um. Äh, warum lebt der so lange? Nur ein Kratzer. Warum lebst du so lange? War das schon alles? So, aber da... Geh ich jetzt nicht nochmal runter. Tatsächlich nicht. Das ist so scheiße hochzukommen. Ah. Muss ich auch nicht hin. Wo muss ich denn hier hin? Wo muss ich denn hier hin? Wo muss ich denn hier hin? Kann mir mal jemand helfen? Kann mir mal jemand helfen? Soll mich das jetzt... Das tut echt weh! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wir sollten woanders rasten. Äh... Körper, wo ist der Körpersch... Schutz... Schutz... Schrift heilen... Heil... Nein... Ich will den hier. Okay. Wirklich gut wir das jetzt auch nicht. Äh... Erstmal wieder zurück. Wo finde ich jetzt den Erkennungsmeister? Ist hier halt einfach nirgendswo. Was ist denn hier in dem kleinen Häuschen? Das könnte doch so ein... Komischer Meister sein. Leuch-Experte, Bogen-Experte. Ne, das sind sie nicht. Das sind sie nun wirklich nicht. Äh... Und dann müssen wir mit ihm ja auch noch ein bisschen was lernen, ne? Wir müssen ihn noch zum Wassermagiemeister machen. Und noch ein paar anderen Sachen. Äh... Ne, eigentlich... Ne... Er war ja der Erdmagiemeister. So... Den hoch... Alle mal hochheilen. Gut, der dauert lange, bis ich den hochgeheilt habe. Viel zu viel Leben. Ja, so geht's doch erst mal wieder. Äh... Ach, die ganzen Vögel wieder. Machen wir mal von hier. Okay, yes. Erstmal spielen wir jetzt bitte. Hast er den noch? Oh, war ganz gut. Es geht in 45 Schaden reingehauen. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Yes. So, den jetzt schnell umhauen. Äh, jo. Den hochheilen. So ein Katz. Und den. Wenn die Vögel alle weg sind, ist das hier schon mal wesentlich einfacher, ne? Dann gibt's einen gezielten Sprung. Ja, komm. Da kommst du doch noch hoch. Da kommst du doch noch hoch. Da kommst du doch noch hoch. Ja. Sag ich doch. Balanceakt. Ich sag, dass der hier nicht mehr mehr ankommt. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das will ich überhaupt meinen. Do you like the game so far or worse? Of course I like the game. I think you like the game too, ne? Na, 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 na. Da war ich schon. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Kannst du mir nicht merken, ne? Wo ich hin muss. Ja, it's a fun game. Mehr als auf Quote. Es ist. Magie-Infektion. Ähm. Es ist die zweite Mal, ich habe das, äh, 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 mit Wurz-Tal mit Wurz, Too Hard and I gave up. Ack ... Weiß, Amit in den Staat, will ich doch auch nicht. Da hin muss, ne? Wo ist jetzt dieser Erkennungstyp? Ist das vielleicht da vorne oder so? Zum Obelisten muss ich auch noch hin, ne? Alter, was macht ihr denn jetzt hier? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Sollten wir aber... Wird doch ganz schön schwer. Wird doch ganz schön schwer. Das tut echt weh! Hab ich dich! Schnell hochheilen. Ja. Hilfe! Äh, warum schippst du denn jetzt? Nicht sterben. Ja, so ist gut. Da hinten ist noch eine rote Haft. Der rote wird auch nochmal schwer. Der rote wird auch nochmal schwer. Hier, der Königskrei. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Kann mir mal jemand helfen? Wird gut, dann wird den nochmal schnell umhauen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass der jetzt wieder entkommt. Nein, okay. Gut. Wir schauen das mal kurz ab. Oh, Mann. Nein. 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 Komm, schnell. Da kommt noch ein Heal ganz gut. Ein Heal rauf. Dann die Schwäche noch heilen. Nicht mit dem, sondern mit dem. Und jetzt geht's erstmal wieder und jetzt los, der ist direkt da. Nein, warum ist der denn noch grüner jetzt? Mit dem grüner habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit dem grüner habe ich gar nicht gerechnet. Hilfe! Schon wieder geht die drauf. Was soll das denn? Überlebt doch mal. Überlebt doch einfach mal. Können natürlich jetzt eine kurze Runde rasten. Das machen wir jetzt auch einmal. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz, wo dieser Erkennungsmeister ist. Das geht mir ja so auf den Sack gerade. Hm. Wird er reisen? Nein. Parkhard Desert. Erkennungsmeister. Oh, ist der Gegenstand erkennend da? Hat er 15. Wo ist die 15? Da ist die 15. Okay. Da. Da müsste er sein. Was ist da? Okay. In dem Gebäude. Da muss ich noch einmal hoch. Dann. Dann habe ich es. Dann habe ich es. Habe ich schon ernsthaft hiervon? Warum seid ihr jetzt? Habe ich nicht gerade. Nee, ich habe nur bis zum nächsten Tag gewartet, ne? Oh, Mann. Ich bin auch manchmal so dämlich. Okay. Na, komm. Auf, rauf, 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 rauf. Immer schön. Auf, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Häh, häh. Hähnungsmeister. Nice. Sehr geil. Ähm. Cool wäre jetzt noch ein paar Radpurasmeister. Dafür muss er aber eh noch ein weiter hochkommen. Deswegen werde ich mich jetzt erst mal wieder auf den Weg smorre, dass ich hier abhau mal ganz schnell. Dafür muss ich aber mal gucken. Wieder zwei Flüge, die mache ich jetzt mal weg. Dann entkommt uns einfach keiner, würde ich mal sagen. Habe ich dich! Gut, dass hier uns nicht wieder drauf geht jetzt. Dao. Dao. So ist gut. So ist sehr gut. Ähm. Gleich will ich auch mal schauen, wo der... Äh. Der Drache ist, dass wir uns den mal annehmen. Hm. Geschloss, die machen bald auf. Oh, bald auf. Wo werden wir, die machen nicht bald auf? Wo gehen wir da hin? Wo wollen wir hin, ne? Oh, ich müsste natürlich wissen, wo jetzt diese... Wirklich. kannte anz civic. Wirklich. Wirklich. unified.